Glückwunsch, richtige Entscheidung. Ihr habt das Unboxing der Spigen Ultra Hybrid Hülle ausgewählt. Die Hülle kommt sicher gemütet in einer stylischen Box mit minimalistischem Design. In der Box findet man dann die Hülle selber und eine Displayschutzfolie, auch von Spigen. Zu der eigentlich durchsichtigen Rückseite der Hülle bekommt man noch Grafiken zur Personalisierung. Die Ultra Hybrid zeichnet sich außerdem durch ihr kompaktes Design, den modernen Look und die hohe Stoßfestigkeit aus. Auch die Knöpfe des Handys kann man weiter uneingeschränkt nutzen. Spigen hat da gute Arbeit bei den Plastikknöpfen der Hülle geleistet. Alle Anschlüsse sind zudem weiter leicht erreichbar. Jetzt könnt ihr auswählen, wie es weitergeht. Klickt einfach auf eines der Produkte und schaut euch das folgende Video an. Ihr könnt immer zurückkommen und ein anderes Produktvideo wählen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.